DJ Ötzi, beim Duett mit seiner Lisa Marie wird er emotional. Schlagerstar DJ Ötzi, 51, wurde besonders durch seinen Hit Einstern bekannt. Jetzt steht er erstmals mit seiner Tochter Lisa Marie, 20, im Studio. Zusammen arbeiteten sie an einem Duett für sein neues Weihnachtsalbum. Bei den Aufnahmen wurde der 51-Jährige emotional und erzählt stolz, als ich Lisa Marie beim Singen im Studio anschaute, kamen mir die Tränen. Gestern war sie noch ein Baby, heute ist sie eine junge Dame. Der Musiker und seine Tochter pflegen ein sehr inniges Verhältnis. Noch kürzlich gratulierte er ihr Stolz auf seinem Instagram-Account zum Geburtstag. Welche spannenden Neuigkeiten es bei anderen Schlagerstars gibt, lesen Sie in unseren weiteren Schlager-News. Verwendete Quellen, Bilder, Instagram.com